Also wir sind jetzt hier in Café und Bar daneben, so ist der Name von unserem Gastro-Bereich, der integriert hat auch eine Ausstellungsfläche. In dem Bereich hier findet eigentlich unser Hauptprogramm statt, sowas wie Lesungen, Ausstellungen, Ausstellungseröffnungen. Dann haben wir Konzerte, Kinderprogramm, genau Performance-Geschichten auch, Theater, also jegliche Form ist eigentlich eine Plattform für verschiedene Künstler, die halt hier Sachen präsentieren. Ist es denn so, dass du sagen würdest, in Heilbronn gibt es einfach auch nicht allzu viel Angebot für junge Leute und es ist eben wichtig, dass ihr das hier gegründet habt? Es kann wie in vielen Städten mehr Angebot geben für junge Leute. Also ich sehe schon, dass es wichtig ist, dass wir das hier gegründet haben, um halt auch den jungen Leuten so diesen bestimmten Bereichen näher zu bringen. Also es ist ja oft so, dass zum Beispiel im Kunstbereich das so ist, dass diese Bereiche so strikt abgegrenzt sind, dass man die jungen Leute ganz schwierig bekommt, dass die sich wirklich anfangen zu interessieren dafür, was gibt es denn für eine Vielfalt in bestimmten Bereichen. Um jetzt wirklich junge Menschen auch an Kunst heranzubringen, kann ein Weg sein, das über Street Art zu machen, weil Street Art ist präsent, ist in Medien, ist einfach auch schon in die Popkultur so weit drin, dass es ja auch für Jugendliche attraktiv ist. Und wenn man dann gerade auch sagt, okay, man hat diverse Bücher, man hat wirklich auch Künstler, die hier ausstellen, die hier was an der Fassade machen, dann denke ich mal, bekommen Jugendliche auch einen leichteren Zugang zu Kunst. Mit Musik ist es dasselbe, wenn man sagt, okay, wenn man Hip-Hop, Sprechgesang, Rap und so weiter auch Veranstaltungen macht. Andererseits aber auch mal einen Klassikabend oder irgendwie eine 60er-Progressive-Grautrock-Geschichte. Also dann sind einfach die Schnittpunkte sind halt dann da irgendwie. Und ich denke, man kriegt die jungen Leute einfach dann auch hin zu anderen Geschichten, dass sie einfach da auch ihren Horizont ein bisschen erweitern können. Nun da.